Jungs versus Mädchen Thema, demselben Weg nehmen Wie die Mädchen reagieren La 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 la, ups, hoppsala Hahahaha Warte, 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 okay Weißt du, ich stell mich hier hin Und dann gehst du mir vorbei, und danach Tschüss! Wie die Jungs reagieren Oh, du weißt, was das bedeutet? Ja Es kann nur einen geben! Ananas auf Pinze! Ja! Dir hat das Video gefallen? Dann lass ein Like da Abonnier diesen Kanal oder folge ihn, je nachdem Auf welcher Plattform du bist, für mehr Minecraft Shorts